Hallo, ich bin James Cottrell und ich bin wahnsinnig beeindruckt von dem Ö3 Studio hier in Heiligenstadt und ich war zum ersten Mal Gast bei Elke Lichtenegger für ihre Treffpunkt Show am Mittwoch, den 14. April und es hat einen riesen Spaß gemacht. Herzlich willkommen im Treffpunkt Ö3 Studio, heute hier bei mir zu Gast, James Cottrell, hello. Du kommst eigentlich aus England, was bitte zieht dich nach Wien? Naja, also ich komme ursprünglich aus der Geburtsstadt von William Shakespeare und sie heißt Stratford-upon-Avon und ich habe Germanistik studiert und um das Studium abzuschließen, muss man ein Jahr im deutschen Raum verbringen und ich habe mich entschieden nach Wien zu kommen und dann, wie so oft in der Geschichte, endet sich alles und ich habe mich in eine nette Österreicherin verliebt und dreieinhalb Jahre später finde ich mich hier bei 3 Treffpunkt. Und sie bringt dir immer das englische Breakfast, hat es besser, oder wie? Ja, ja, das wäre nett, wenn es jede Woche wäre, aber einmal im Jahr ist schon gut genug. Okay, bitte, der Mann ist leicht zufriedenzustellen. Unbreakable, der Song von James Cottrell. Sag mal ein bisschen inhaltmäßig, worum geht's? So, es ist ehrlich gesagt ein Neustart. Die erste Liebe meines Lebens ist vorbei und ich wollte die Gefühle nach der Trennung beschreiben. Und das ist die Nummer Unbreakable und wir haben uns entschieden, diese Nummer im Frühling, egal dass es heute regnet, zu veröffentlichen, weil wir freuen uns alle auf den Sommer. Dann haben wir einen Werbespot aufgenommen für die Paul-Rökelsdorf-Surf-Weltcup und das war auch spürsau. Hier ist ein cooler junger Typ, du, mit seiner Gitarre da unten im Podersdorf am Neusiedlersee, so am Stand so, spielt, singt einen coolen Song und dann erzählt der euch so, hey Leute, Surf-Welt-Cup, Ö3 ist nicht dabei, das heißt eine Woche lang Gym, Party, cooler Sound. Wir haben alles mit meiner Nummer umschreiben müssen, damit wir alles für den Surf-Welt-Cup in Podesdorf einsprechen könnten und das hat wirklich super geklungen und ich bin jetzt zum Teil Moderator bei Ö3. Hello, Ö3 ist beim Surf-Welt-Cup, ab 30. April in Podesdorf am Neusiedlersee. Surfen, Party und chillige Sound von Hit Radio Ö3. Hello, I'm James Cottrell und ihr seht oe3.orf.at. Ciao!